Herzlich Willkommen! In diesem Video zeige ich dir Beispiele zur Thematik Histogramm. Das Skript findest du wie gewohnt auf meiner Homepage. Wiederholen wir kurz die Darstellung von Histogrammen. Sind die Klassen des Histogramms gleich breit, so ist das Histogramm ähnlich zum Säulendiagramm. Die Höhe entspricht der Häufigkeit, wie hier der absoluten Häufigkeit. Ist das Histogramm jedoch mit verschiedenen breiten Klassen gegeben, so entspricht der Flächeninhalt jedes Rechtecks der Häufigkeit, entweder der relativen absoluten oder prozentuellen Häufigkeit. Es gilt stets Rechtecksbreite mal Rechteckshöhe entspricht der Häufigkeit. Diese Formel kann natürlich auch auf die Rechteckshöhe umgeformt werden, die man bei vielen Beispielen wie diesem hier berechnen muss. Wir haben folgende Daten gegeben und möchten diese Daten mit Hilfe von einem Histogramm darstellen. Das heißt, wir benötigen noch die Höhe von der ersten Klasse. Es gilt absolute Häufigkeit, also 8, dividiert durch Breite der Klasse von 5 bis 20 ist das 15, also 8,15 und das sind ca. 0,53. Das macht man analog für die anderen Werte, z.B. für diese Klasse hier, haben wir dann die Höhe, absolute Häufigkeit durch die Breite aufpassen. Breite ist jetzt nur mehr 10, also 7 Zehntel, Höhe ist 0,7. Das kann man analog auch für die anderen beiden Klassen machen. Die Fläche kann aber auch der relativen Häufigkeit entsprechen oder auch der prozentuellen Häufigkeit. Wenn du dir da noch unsicher bist, schau dir mein Basisvideo zur Thematik Histogramme an. Beispiel 1 Das nachstehende Histogramm veranschaulicht die Dauer des Anreiseweges von 31 befragten Schülerinnen und Schülern. Die Fläche eines Rechtecks gibt die Anzahl der Schülerinnen, kurz SOS, an, deren Anreiseweg in diesem Intervallbereich liegt. In welche Klassen wurde das Histogramm eingeteilt? In vier Klassen. Klasse 1 von 5 bis 10. Aufpassen, der Fünfer ist dabei, der Zehner jedoch nicht. Klasse 2 von 10 bis 15. Klasse 3 von 15 bis 25. Und Klasse 4 von 25 bis 40. Aufgabe B. Von wie vielen Schülerinnen bzw. Schülern liegt die Anreisedauer im Intervall 5 bis 10? Die Fläche entspricht der absoluten Häufigkeit. Somit berechnen wir den Flächeninhalt. Länge mal Breite bzw. Höhe, also mal 1,2. 5 mal 1,2 ist gleich 6. Von 6 Schülerinnen bzw. Schülern im Intervall 10 bis 15. Erneut Breite 5 und die Höhe 1,6. Also 8 Schülerinnen bzw. Schüler. Berechnen die Rechteckshöhe der dritten und vierten Klasse. Wir wissen, dass hier die absolute Häufigkeit 8 beträgt. Es gilt folgende Formel. Das heißt, die Breite hier 10 mal die Höhe x, die wollen wir wissen, ist gleich die absolute Häufigkeit, also gleich 8, dividiert durch 10. die Höhe ist gleich 0,8. Analog dazu die vierte Klasse, 15 mal x ist gleich 9, dividiert durch 15, x ist gleich 0,6. Gib die relative und prozentuelle Häufigkeit der Schülerinnen und Schüler an, die für den Anreiseweg mindestens 10, aber weniger als 15 Minuten benötigen. Es geht um die zweite Klasse. Wir berechnen einmal die absolute Häufigkeit mit 5 mal 1,6 gleich 8. Das haben wir vorher bereits gemacht. Jetzt die relative Häufigkeit. Gesamt sind 31 Schülerinnen bzw. Schüler. 8 durch 31 ist ca. 0,258. Gleich 25,8%. Beispiel 2. Das Histogramm veranschaulicht die Weitsprungweite von Schülerinnen und Schülern der fünften Schulstufe bei einem Wettkampf. Die Fläche gibt die Anzahl der Kinder, also die absoluten Häufigkeiten an, deren Sprungweite in diesem Bereich liegt. In welche Klassen wurde das Histogramm eingeteilt? Was bedeuten die Werte eines Intervalls im Kontext? 4 Klassen, Klasse 1 von 200 bis 220, Klasse 2 von 220 bis 280, Klasse 3 von 280 bis 300 und Klasse 4 von 300 bis 350. Das heißt, diese Werte geben die Weitsprungweite der Kinder an. Berechne die Anzahl der Kinder der jeweiligen Klassen. Berechne die Anzahl der Kinder der jeweiligen Klassen. Gesucht sind die absoluten Häufigkeiten. Wir benötigen somit die Flächeninhalte. Für die 1. Klasse gilt 20 mal 0,2 sind 4 Kinder. Für die 2. Klasse Breite 60 mal 0,116 periodisch. Da erhalten wir 7 Kinder. 3. Klasse 20 mal 0,2 erneut 4 Kinder. Und 4. Klasse haben wir 50 mal 0,08. Wieder 4 Kinder. Beispiel 3. 20 Schülerinnen und Schüler haben eine Vokabelwiederholung mitgeschrieben. Bei der Wiederholung wurden 10 Vokabeln abgeprüft. Für jede richtige Übersetzung gibt es einen Punkt. Das Histogramm veranschaulicht die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler. Die Flächen der Rechtecke geben die relativen Häufigkeiten der Schülerinnen und Schüler an, deren Punktzahl im jeweiligen Bereich liegt. Hier sind noch folgende Bemerkungen. Und die 4. Klasse umfasst das Intervall von 9 bis 10. Der 10er ist auch dabei. Berechne die relative, prozentuelle und absolute Häufigkeit der 2. Klasse. Die Fläche gibt die relative Häufigkeit an. Somit können wir die relative Häufigkeit berechnen. Es gilt für die relative Häufigkeit, die Breite des Rechtecks, also 2 mal die Höhe, mal 0,15. Und hier erhalten wir 0,30. Prozentuelle Häufigkeit mal 100 sind 30%. Absolute Häufigkeit, gesamt sind 20 Schülerinnen und Schüler. Es gilt für die absolute Häufigkeit. Relative Häufigkeit mal Gesamtanzahl, also mal 20. 0,3 mal 20 sind 6 Schülerinnen bzw. Schüler. Und dies kann man analog für alle anderen Klassen auch so machen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ich konnte dir die Thematik zu den Histogrammen verständlich erklären. Ich würde mich über deine Unterstützung freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.